Musik Steht hier im Foto? Was? Steht hier im Foto? Nicht, dass ich wüsste! Oooooooh! Jetzt aber herzbleiben! Wer ist die der Erz? Hast du geschuhen? Das ist ein Ranziglooper! Super Publikum! Super Publikum! Wir sind Cock-Haw-Kid, das heißt Hähnchen-Rakete. Hähnchen-Rakete, aber wir Hähnchen nämlich jetzt alle schießen wollen. Ja, ja. Du hörst dein T-Shirt an. Also, Grunge-Scheiße. Ja, wir haben es vor-Kubertäre-Kack-Scheiße gedannt, ja. Oder Cock-Rock. Ja, eigentlich spielen wir Cock-Rock und wenn wir manchmal ein bisschen härter spielen, dann spielen wir Bauna. Ja, Hard-Cock. Vielleicht feiern wir uns auch ein bisschen zu sehr. Als ob... Ich gehe nicht zur Schule. Ah, nee! Ich bin jetzt nicht da, aber leider. Wir sprechen mit allem, was ich will. Wir sprechen mit dem, was wir... Zum Beispiel mit dem Stein. Hallo Stein? Jedenfalls, ähm... Noch was? Schüler wirklich klasse. Der Herr war smart jetzt, ich hab das jetzt noch nicht mal blicken lassen. Muss ich das für Antje-Geld holen? Natürlich muss er dafür Antje-Geld holen. Das ist ein Cock-Rocker. Prepare your anus.